Unsere Nummer 1. Das Siegel befindet sich auf einer Urkunde, mit der Friedrich Barbarossa im Jahr 1154 eine Schenkung des Grafen Gudensberg an das Kloster Arnerberg, heute zu Kassel, bestätigt. Eine förmliche Siegelbeschreibung sähe so aus. Siegelinhaber ist Friedrich der Erste, der hier nur König und noch nicht Kaiser ist, deshalb Rex genannt wird. Art der Befestigung aufgedrückt. Die Umschrift lautet Friedrichus Dei Grazia Romanorum Rex, wobei die Kürzungen bei Grazia und Romanorum aufgelöst und in runden Klammern wiedergegeben werden. So erkennt man in der Siegelbeschreibung genau, welche Buchstaben tatsächlich in der Vorlage vorhanden sind. Dann der Siegeltyp. Ein Thronsiegel, weil der König hier auf einem Thron sitzend dargestellt wird. Eine andere mögliche Bezeichnung wäre Majestätssiegel. Das Siegelbild. Der bärtige Kaiser sitzend, auf der Krone ein aufgesetztes Kreuz, das in die Umschrift hineinragend. Rechts und links von der Krone hängen Quasten herab. Die Linke hält den Reichsapfel mit Kreuz, die rechte das Zepter. Erhaltungszustand? Gut. Keine besonderen Anmerkungen. Dieser Bildtyp war fast ein halbes Jahrtausend der dominierende Typus unter den Herrschersiegeln. Das Original befindet sich heute als Nummer zwei im Urkundenbestand Nummer 15 des Staatsarchivs Marburg. Unsere Nummer zwei. Siegelinhaberin ist Sophie von Brabant, die Mutter des ersten Landgrafen von Hessen Heinrich und Tochter der heiligen Elisabeth. Das Siegel ist mit Seidenschnüren befestigt, die Form ist rund, das Material braunes Wachs. Die durch eine Schnur vom Bild getrennte Umschrift ist stark beschädigt. Sie beginnt mit einem S für Sigillum, dann SOP für Sophia und weiter sind dann SCE für Sankte und Elise, Abed, erkennbar. Sophie war Tochter der heiligen Elisabeth. Sowie am Ende Brabantie. Typologisch haben wir es mit einem Faltenjagd-Siegel zu tun, dem Gegenstück adliger Frauen zum Reitersiegel der Männer. Es zeigt die Frau bei der Faltenjagd, einer typisch adligen Beschäftigung. Das Siegelbild, Sophia im Damensattel nach rechts reitend, hält in der linken einen Jagdvogel. Und als letzter Punkt der Zustand des Siegels, das Bild ist abgerieben, aber intakt, während die Umschrift erhebliche Fehlstellen aufweist. Das Siegel wurde fachgerecht restauriert, die fehlenden Stellen wurden aufgefüllt, sind aber weiterhin sichtbar. Das Siegel befindet sich heute als Nummer 263 im Urkundenbestand 37 des Staatsarchivs Marburg. Unsere Nummer 3 ist typisch für ein sogenanntes Münzsiegel, also ein Siegel, bei dem Vorder- und Rückseite gleich groß geprägt wurden. Siegelinhaber ist Papst Bonifatius VIII., der von 1294 bis 1303 regierte. Das Siegel ist an gelb-roten Seidenschnüren anhängend. Es ist rund und aus Blei, bei einem Durchmesser von 3,5 Zentimetern. Da es sich bei den päpstlichen Bleibullen um zweiseitige Siegel handelt, müssen wir nun die beiden Seiten getrennt voneinander beschreiben. Zuerst der sogenannte Apostelstempel, den nahezu alle päpstlichen Bullen seit dem frühen 12. Jahrhundert aufweisen und nachfolgend der sogenannte Namensstempel. Der Apostelstempel besitzt keine Umschrift, zeigt nur innerhalb einer Perlenschnur die beiden Apostelköpfe, rechts Paulus, links Petrus, jeweils von einer Perlenschnur als Nimbus umgeben. Zwischen ihnen ein Hochkreuz. Darüber die Inschrift Spaspe, Sanctus Paulus, Sanctus Petrus. Alternativ könnte man die Abkürzung auch auflösen als Sanctus Paulus Apostolus, Sanctus Petrus Episkopus. Auch der Namensstempel besitzt keine Umschrift. Er weist auch kein Bild auf, wohl aber eine Inschrift innerhalb einer Perlenschnur. Bonifatius Papa 8. Hinsichtlich des Erhaltungszustandes ist lediglich darauf hinzuweisen, dass am oberen Eingang der Schnüre der Namensstempel nicht vollständig ausgeformt ist. Das ist aber vermutlich schon eine Art Produktionsfehler gewesen und keine Beschädigung im engeren Sinn. Typologisch ist dieses Siegel nach seinem Material als Bleibulle und zudem als Münzsiegel zu bezeichnen. Zudem könnte man den Namensstempel auch als Schriftsiegel und dem Apostelstempel als Heiligensiegel bezeichnen. Üblich ist dies aber nicht, sondern das Siegel als ganzes wird normalerweise schlicht als Papstbulle beschrieben. Zum Schluss wollen wir noch die Siegel an der Urkunde Nummer 7.985 des Bestandes 85 des Staatsarchivs Marburg beschreiben. Die Urkunde ist vom 6.3.1270 und mit drei Siegeln beglaubigt. Alle drei Siegel sind abhängend, wobei bei allen der Pergamentstreifen noch einmal durch einen Einschnitt durchgezogen wurde. Beginnen wir mit dem linken Siegel. Das ist rund, aus braunem Wachs und 6 cm im Durchmesser. Das Bild zeigt eine Zinnmauer, in der Mitte ein geöffnetes Tor mit einem doppelten Rundbogen und dahinter sieht man rechts und links jeweils einen Turm, ebenfalls mit Zinnen. Dazwischen ein Kleeblattkreuz. Die Umschrift verläuft zwischen zwei Linien und lautet Kreuz, Sigillum, Kivium, Punkt, Inn, Punkt, Gudensberg. Wobei die Us als Vs geschrieben sind und das Wort Sigillum auf ein S mit Kürzungsstrich gekürzt ist. Kommen wir zum mittleren Siegel. Es ist das Siegel des Rheinbold von Merlau, Canonica von Fritzlar und besteht ebenfalls aus braunem Wachs. Es ist spitzoval und hat eine Höhe von 4 cm und eine Breite von 2,6. Es zeigt den heiligen Petrus, dem Patron Fritzlars, stehend. In der linken hält er eine Bibel, in der rechten hat er die beiden Schlüssel über die Schulter geschultert. Sehen wir uns die rechts und links der Petrusfigur befindliche Umschrift an. Sie befindet sich zwischen zwei Linien und ist nur noch zum Teil lesbar. Sie lautet Kreuz, Sigillum, Rheinboldi, eine nicht lesbare Stelle an der Spitze, Fritzl und der Rest ist auch nicht mehr eindeutig lesbar. Das Siegel ist im Außenbereich so abgegriffen bzw. so schlecht ausgeformt, dass es an vielen Stellen nicht mehr lesbar ist. Zudem ist es im Bereich der unteren Spitze weggebrochen. Schließlich beschreiben wir noch das Siegel ganz rechts. Es ist das Siegel von Giesow von Gudensberg. Es ist schildförmig, aus braunem Wachs und ebenfalls abhängend. Es ist vier Zentimeter hoch und ungefähr 3,4 Zentimeter breit. Das Siegel ist so abgegriffen, dass das Hauptbild nicht mehr klar erkennbar ist. Es zeigt wohl einen Kopf, der in den Ecken von je einer in die Ecke weisenden Lilie begleitet wird. Die Umschrift ist nach innen hin durch eine Linie abgetrennt und lautet Kreuz, Sigillum, Giesonis, D, Gudensberg. Wobei das Sigillum erneut gekürzt ist und das D sowie das G von Gudensberg in eckigen Klammern ergänzt werden müsste. Bei diesem Siegel ist aus der oberen Wachslage die Spitze unten weggebrochen, was zum Textverlust bei der Umschrift führt. Auf der Rückseite aller drei Siegel befinden sich zwei bzw. drei Fingerabdrücke. Schließlich sollten wir die drei Siegel noch klassifizieren. Das linke ist ein Stadtabriviatursiegel, das zweite ein Heiligensiegel und das rechte ein Wappensiegel. Und sie weisen jeweils die für diese Art typische äußere Form auf, rund, spitzoval und schildförmig. Insofern sind die Siegel an dieser Urkunde als absolut klassisch zu bezeichnen. Untertitelung des ZDF, 2020